Heute verrät uns Claudia, wie sie ihre Gläser zu Hause richtig in Szene setzen. Also, ich habe zu Hause einige Tassen und Gläser, die viel zu schade sind, um einfach im Schrank zu verstauben. Da gibt's doch sicher Ideen, mit denen sich Gläser cool in Szene setzen lassen. So wie hier, ein Ständer aus Metall, an dem ich meine Gläser quasi aufspieße. Keine schlechte Idee, zum Selbermachen, aber nicht so einfach. Ach, da schaue ich doch noch mal ein bisschen, was es sonst noch so gibt. Das ist auch ganz witzig, ein Rechen an die Wand geschraubt. Gerade für Weingläser eine ziemlich praktische Lösung. Vom Stil ist das aber nicht ganz meins, da gefällt mir das schon besser. Ein Stück Treibholz, in das ich einfach große Schrauben drehe und dann Gläser oder auch Tassen aufhänge. Kein großer Aufwand und wesentlich cooler als die klassische Vitrine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017